Von klein auf haben wir gelernt, dass Zitronen sauer sind. Bei Zitronensaft denken wir direkt an eine sauer schmeckende Flüssigkeit. Doch sauer ist viel mehr als nur ein Geschmack. Eine saure Lösung ist chemisch gesehen eine Lösung mit ganz speziellen Eigenschaften. In unserem Alltag sind wir umgeben von sauren Lösungen. Manche werden nur zur Erfrischung genutzt, wie Säfte aus Zitronen, Limetten und anderen Früchten. Sie haben den typischen sauren Geschmack. Zusätzlich wird das Trinkerlebnis manchmal noch durch den Zusatz von Kohlenstoffdioxid verbessert. Dieses reagiert zu Kohlensäuremolekülen, die beim Öffnen der Flasche teilweise wieder zurück reagieren. Die Kohlenstoffdioxidbläschen und der saure Geschmack der Lösung führen zu der Spritzigkeit und dem Prickeln auf der Zunge bei Cola und anderen Limonaden. Wir kennen aus dem Alltag zwar den sauren Geschmack von Zitronensaft, aber da viele saure Lösungen gesundheitsgefährdend sind, dürfen unbekannte Flüssigkeiten nie verzehrt werden. Vielen Dank.